Yoho, hier ist der Flow mit dem Tommi, dem Dommi, dem Kürz und der Pan. Mist, ich konnte jetzt auf die Stelle nicht rein. Wir spielen hier Damned und wir fangen jetzt gleich direkt an. Aber warte, warte, warte. Du musst die Map noch wegziehen. Flow-Ho-Papier. Ach ja, stimmt. Nicht vergessen. Was wollen wir denn spielen? Weiß nicht. Eine Karte, wo wir Schlüssel suchen müssen. Du kannst ja random auch einstellen, dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich will mal die hier jetzt nochmal spielen. Ja, ein Hotel wäre mal wieder nice. Oh Gott. Oh Gott. Los geht's, Freunde. Bügelbretter sehen ja übelst gruselig aus. Ja. Also Flo ist Monster, ja. Yohoho. Ich werde heute erstmal echt euch also ernsthaft nicht so sehr jagen. Warum? Also im Sinne von, ich jag euch natürlich schon, aber nicht. Ich werde euch nicht... Ich quälen, meinst du? Quälen, ja. Ey, was ist das? Das ist ein Save. Okay. Wer ist auch auf dem Klo? Ja, ich glaube, wir alle, oder? Bei Regalen bin ich. Ich habe einen Schlüssel. Ich habe auch einen Schlüssel. Ich habe auch einen Schlüssel. Ah, hier ist ein Schlüssel. Okay. Ey, wir kommen hier raus. Guck mir meine Füße an. Was? Wie deine Füße tanzen. Meine Füße stinken durchs Hotel. Oh, der Save geht damit nicht auf. Puh, hier, das ist bis hierhin. Rote Füße. Was ist das denn? Okay. Oh, nimm ruhig, Curry, nimm ruhig. Nö, nö. Oh, oh. Da sehe ich Licht. Da sehe ich den Curry. Wer ist denn das da? Oh Gott. Gehen wir mal gucken. Kommt, Freunde, wir gehen mal gucken. Nein. Wollt ihr mit mir spielen? Hallo. Lass du das Hotel. Wollt ihr mit mir spielen? Böse, Flo. Oh, ich habe wieder... Bitte, 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 bitte. Komm auf Klo. Was? Komm auf Klo. Ja. Aber spiel doch mit mir. Okay. Hey. Wir gehen lieber kacken. Komm, Curry, wir gehen kacken. Kann er da durch? Ich glaube nicht. Also, ich hoffe nicht. So. Willst du gerade gucken, wie er sich da durchzwängt? Nein. Was machst du? Warte. Hier liegen überall Schlüssel rum. Oh. Auch so viele Schlüssel schon. Der ist weg. Okay. Der ist weg. Du wolltest nicht mit mir spielen. Nein. Hast du nicht gesagt, du bist nicht so psycho diesmal? Der Flo ist immer psycho. Ja. Oh Gott. Ich steigere mich bei so einem Spiel dann leider rein. Ich kann es nicht verhindern. Aber ich glaube, der Flo trifft wenigstens den Steg. Tommy-Bobbing. Hallo. Uh. Was ist das denn? Warum rennst du zu der Tür, die zu ist? Nein. Manoria kommt zurück. Warum? Ja, geht doch nicht. Bleib doch hier. Dann geht es mir aber nicht weg, oder? Da gibt es keinen Ausgang. Bleib doch hier bei mir. Wer ist denn da hinten? Da hinten ist kein Ausgang. Ja, komm doch. Komm doch. Wer ist denn da hinten? Curry. Kämpf doch mit mir. Curry. Ja, ich kann doch nichts machen. Wer ist denn da hinten? Komm. Ja, aber hallo. Kannst du auch vorbeilaufen. Kannst du auch vorbeilaufen? Warte, ich renne einfach nur mal so ein bisschen um dich rum. Alles absurd. Ah, nein, 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 nein. Was war jetzt wohl, Leute? Hallo. Also mein Kollegenkumpel. Hallo. Ja, ja. Oh nein. Er hat so verkackt. Was ist denn das hier für ein Raum? Ne, ich habe dir gesagt, ich kill euch nicht sofort. Ich spiele ein bisschen mit euch heute. Alter. Hier ist auch offen. Boah. Hinter dir, hinter dir. Hinter euch, hinter euch. Hinter uns zu. Aber hier ist doch schön, Freunde. Kannst du doch nicht einfach so losschreien? da ist sie, guck mal hier, da kommt sie nicht durch da ist sie, hallo wir kommen dringend hallo wir müssen dringend die Saves aufmachen, Leute willst du auch sehen, Flo ja, die Saves, stimmt hallo oh, da ist er weg jetzt könnte er hinter uns sein, passt auf ja wir müssen uns um die Saves kümmern ok, alles klar alles absuchen so das dauert immer so ewig hier hier ist es ja schön nur ne Jacke wo ist es schön? hier ja, wo denn hier? du kleines Mädchen, du äh, ja, ich hab's gehört alter wer ist der Pastor, der ist jetzt so am Arsch ja, aber ich hab doch gesagt ich spiel nur mit euch hallo 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 nein hallo hallo wer ist das hier? ich hätte euch jetzt echt locker alle vier schon locker killen können ja, komm, Flo das zählen da, nicht in der Batterie du hättest uns nicht getroffen wer, wer ist ok du hast, du hast ein Key aufgesammelt ja ich hab auch ganz viele Key der ist bestimmt für den Ballsaal komm, komm, komm na gut, dann ist es ab jetzt vorbei mit der Freundschaft na toll toll komm, mach auf wir haben sie nicht ernst genommen yes jetzt bestimmt Curry, du solltest so, nicht so Sachen sagen wie oh, da ist ein Schlüssel für den bla wir machen das mal auf gleich, ich weiß es doch was ist das denn? hier ist ein Zettel warte ja, Code das kann ein Code sein für den, äh ah, super Leute, das gab's aber vorher nicht wie kann ich hier nachgucken, bitte? nicht auf kann das ein von euch aufmachen, die Tür? nee nein, nee letztes Mal weiß ich nicht wir müssen zurück wartet, stopp, langsam nein, nein, nicht aufmachen komm mal hierher warte komm mal hierher oh hallo hallo wer hat das denn jetzt aufgemacht? nein, nein, du bist, ey, du, ey oh man was? bobo hallo wer von euch hat das gerade aufgemacht? ich hab's nur ein Stück weit aufgemacht und dann war der da durchgelaufen das ist Curry voll lebst du noch Curry? ja sind wir alle tot bis auf Curry? doch seid ihr alle tot? ja nee, ich lebe auch noch Tommy, komm her ich lebe noch wo bist du denn? denk an die Schlüssel ich hab nie was Schlimmes zu dir gesagt ja, ganz viele der hat gesagt, dass du ein Vogelkicker bist ey, wir müssen jetzt Teamwork beweisen hier bist du da drin geblieben? ja, da, da, da ich hab euch gesagt jetzt wird's ernst okay, Tommy, jetzt müssen wir loslegen, komm das ist ein Double Kill okay, habt ihr die Schlüssel genommen? ja hast du die, ja? okay, wohin gehst du, Curry? ich hab grad voll Hunger auf Pommes oder auf Frittis wir müssen Curry wir müssen, warte, nicht jetzt wir müssen oh, oh hm oh, oh hm Curry, sag mir Bescheid, wenn du wieder losgehst ja, da kommt jemand weiß wie sollst du? ich seh nicht mehr oh, du stehst grad nicht gut sag das doch laut ja, das weiß, das weiß doch niemand du alter Popel äh, ich glaub nee, das nee ich muss halt oh Gott oh mein Gott der Tommy, ey äh, tschüss, tschüss ach, das war der ach so, ich folg den Tommy hier grad ah, geh weg mach doch die Tür zu boah ey, mach die Tür zu hast du die Tür zugemacht? wie geil das grade war wie ich als mit dir um den Schrank rumgerannt bin alter okay, Tommy, was machen wir jetzt? wir müssen uns konzentrieren die Tür dahin kriegen wir nicht auf nein, nein klatschi, nein, damit er wieder klarkommt die Uhr, die Uhr links genau, klatschi, weine bester Vorschlag ja, haben wir schon die war schon mal offen die ist leer okay wir sind am Arsch, Curry wir müssen hier raus und du weißt, was draußen ist ich mach die Tür auf du guckst durch du machst die Tür wieder auf gut aus okay nee, sieht nicht gut aus sieht nicht gut aus was ist das denn? was ist denn hier los? was ist denn hier los? wie, da ist sie? wo, da ist doch gar keiner doch, doch, doch hallo? also Flo, zwölf Minuten ob du schaffst alle in der Kurzzeit zu töten die Tür ist auf ja, die hab ich aufgemacht da ist doch keiner die war eben da, ja oh, alles umgelegt mach die Tür zu oh Gott, es wird dunkel mach die Tür zu meine Taschenlampe flackert mach die Tür zu ist sie zu? ja, die ist zu ist zu nee, sie ist offen die ist in Spalt offen der macht doch zu ich glaub, durch in Spalt kommt die nicht, oder? was? aber vielleicht kannst du es aufdrücken ach, du Scheiße, ey ja, Curry, das Ding ist wir müssen halt erst hier raus, ne? jetzt hab ich die Tür aufgeschlossen was? was ist das denn jetzt für ein Fail? komm, wir müssen eh hier raus wir müssen wir müssen uns trauen da ist keine Tür nee, auch nicht da hinten durch hier nee, ist auch nicht scheiße oh Gott, das war's oh Gott äh, Flo 3 Minuten Alter sag mal, seid ihr verrückt, oder was? ich hab dir noch vorher gar nicht gesehen da schreiben, ich war quasi das war eine sehr kurze Aufnahme wie schnell's auch ging, ey ey, das gibt's doch nicht Double Kill Double Double Kill ah, Gottchen das hab ich übrigens wieder mal von mir gegeben ja, diesmal hab ich nichts geschrieben, zum Glück ich das Klopapier ja, Klopapier ganz viel Klopapier ach, Scheiße, ey ja, sorry, ich wollte eigentlich länger widerstehen also widerstehen, aber krass ey, was ist das denn? das Hotel ist wirklich was Rodenwurst mhm die neue Werbung ja Puppelnase Doria hey boah, ey das war ja noch schneller fast als Domi war das war das schneller als Domi? das war auf jeden Fall schneller ja aber kein kein historischer Triple Kill nee, das stimmt so ein Double Kill und dafür irgendjemand schafft auf irgendwann mal alle vier auf einmal und dann bam ja, ich glaub wir dürfen auch echt eigentlich nicht zusammenbleiben wir müssen in Zweiergruppchen oder sowas alles irgendwie damit wir eine Chance haben boah, wir werden immer echt ein bisschen schummrig muss ich sagen von den Spectaten irgendwie schummrig? ja, weil das dann immer so schaukelt die Kamera ist immer so schief auch ja, das ist äh ich kein Lachen ja, war heute mal ein bisschen eine kürzere Folge aber trotzdem danke fürs Zusehen und wir machen einfach glaube ich schnell noch eine ja, auf jeden Fall auf jeden Fall Lob an den Flo ja auch Lob an den Domi der Zins also es ist schon ja, mal gucken wir als nächstes Monster ist tatsächlich da, die können tschüss dann bye bye tschüss 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 Vielen Dank.